Musik Jetzt wird's eng Musik 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 Ich liebe es. Guten Morgen liebe Zuschauer. Wer kam wieder zu spät? Ja, bist du selber in Schuld? Weißt du, wenn wir nachher ein Auto machen, du ziehst die Hose runter, dann habe ich die Kamera an. Dann sag ich dir mal, Kollege. Wieso? Das sah doch gut aus. Ich habe die Beine weggeschnitten. Ich habe die Beine weggeschnitten. Ja, habe ich auch. Ich habe reingezoomt extra. Weil sonst hätte man einen strammen Waden gesehen. So, heute machen wir mal eine ganz andere Video-Installation. Ralle ist ein GoPro-Fanboy. Sieht scheiße aus in Hyperview, ne? Ja, wenn du das so ran ziehst, das ist blöd. Das muss immer umgestellt werden. Die Leute da stehen. Ich habe ja gestern ein Video geschnitten vom letzten Mal. Du hast vor allen Dingen immer von der Seite. Das ist so eine... Ja? Der Ton, ne? Das geht ja so. Du hast da richtig schön eingeklebt. Und Lars, ich hatte seinen Akku geschützt. Hier, aber richtig schön. Megalmermäßig. Reserve Akkukonstruktion. Ja, heute geht's wieder ab in die Mucke, Freunde. Das wird etwas mattig. Nein, dann hör mich den raus. Ja, das ist echt schön. Mit dem Loch überholt. Geh auf dem Endstück! Lehm, Boys! Hör an, der lehnt wieder, ne? Alle hat gesagt, er will uns gutes Tempo schießen. Oh, die ganze Tassola mit euch hier gefahren. Männers, guck dir einmal! Warte! Insta-Bitch! Ja, dann fahren wir den gerade aus. Fahr so, wie du das für richtig hältst. Ne, fahr du! Ne, du! Dann fahren wir das vor mir. Dann lase ich auch noch. Komm, ich fahr hinter euch hier. Lass mit mir, dann darf ich auch mal fahren. Ja, los, los, los! Ich will aufhören! Oh, wieder der Lehmwoll vor mir. Ja, ich kann ja nicht schneller! Losi, mach doch mal! Ja, das ist ja nicht kleiner. Lassi! Wat? Fahr doch mal! Da sind doch noch viel nervös wieder hier Alter Lameboy Ihr seid doch froh, dass alle wieder Luft holen können Ralle, Arme Boden Er filmt wieder Das ist eine GoPro Herr Brumann, was sagen Sie denn zu dieser schönen, tollen Tour heute? Ja, ganz richtig, umfangreich, anstrengend, technisch Floig, schwierig, schleimig, putzig, steinig Wunderbar, Dankeschön, herzlichen Dank Bitte gerne Herr Kaufholt, was sagen Sie denn zu dieser tollen Tour heute? Wir sind doch nicht am Ende, wir fahren uns weiter, oder? Ja Doch, der hält Specialized, Junge Wir passen auf, Dankeschön Ja, danke Lohnt oder leer? Akku leer, Ralle Machen wir jetzt ohne Läuft hier oben noch eine Räde? Na weiter, los Ihr Lappen, ey Knie In reviewed Sein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020